Nummer 5. Der Pioneer DJ Mixer DJM250MK2 ist eine ausgezeichnete Wahl für DJs, die einen leistungsstarken und kompakten Mixer suchen. Dieser Mixer bietet eine hohe Leistung und verfügt über einige fortschrittliche Funktionen, die vom professionellen DJM900NXS2 abgeleitet sind, wie zum Beispiel den Markwell Crossfader und den Color Sound FX Filter. Eines seiner Hauptmerkmale ist sein einfaches und intuitives Layout. Mit seinen zwei übersichtlich angeordneten Kanälen und dem präzisen Dreiband EQ macht dieser Mixer das Mixen und Scratchen zu einem reibungslosen und lohnenden Erlebnis für den DJ und sein Publikum. Sein Highlight ist definitiv sein Markwell Crossfader. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 4. Numark Scratch ist ein hervorragender Mixer für alle, die leidenschaftlich gerne scratchen und einen hochwertigen Mixer zu einem günstigen Preis suchen. Mit einer beeindruckenden 24-Bit-Soundqualität wird dieser Mixer auch die Bedürfnisse der anspruchsvollsten DJs erfüllen. Das Tolle an diesem Mixer ist seine Vielseitigkeit. Er kann als eigenständiger Mixer verwendet oder mit der Serato DJ Pro Software kombiniert werden. Außerdem ist er mit allen wichtigen Softwareprogrammen auf dem Markt kompatibel, was ihn wirklich praktisch und für alle DJ-Stile geeignet macht. Mit seinen zwei umschaltbaren Kanälen können Sie sowohl Turntables als auch digitale Player anschließen. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3. Der ReLoop Elite ist definitiv einer der besten zwei Kanal DJ Mixer auf dem Markt. Er bietet eine breite Palette an Funktionen und ein attraktives Interface, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für semiprofessionelle DJs macht. Eine der am meisten geschätzten Eigenschaften dieses Mixers ist seine großzügige Auswahl an Effekten. Dieser Mixer bietet eine ganze Reihe von Standalone-Effekten, mit denen DJs ihren Auftritten eine einzigartige Note verleihen können. Darüber hinaus ermöglichen Beat-Parameter und farbcodierte Tweak-Effekte dem DJ, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Ein weiteres Highlight des ReLoop Elite ist das exzellente Feedback der Fader- und Drehregler. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Der neue Xone 96 ist ein DJ Mixer, der nach Spitzenleistungen strebt. Wenn Sie auf der Suche nach einem detaillierten und kompromisslosen Sound sind, ist dieses Modell genau das Richtige für Sie. Mit seinen 6 plus 2 Kanälen und dem präzisen 4-Band-EQ gibt Ihnen der Mixer die vollständige Kontrolle über Ihren Mix und ermöglicht es Ihnen, den Sound genau so zu gestalten, wie Sie es wünschen. Aber das ist noch nicht alles. Seine Kompatibilität mit einer Vielzahl von Software und VSTs ist einfach einzurichten und ermöglicht Ihnen den problemlosen Anschluss Ihres PCs oder Macs. Und mit seinen zwei USB-Anschlüssen können Sie zwei Computer gleichzeitig anschließen, was Ihnen eine unglaubliche Flexibilität bietet. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Der DJM S9 von Pioneer ist Zweifelzone einer der besten zwei Kanal DJ Mixer auf dem Markt. Durch die Übernahme der Schaltkreise des renommierten DJM 2000 NX gehört er zum oberen Ende des Marktes und garantiert eine hohe Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit, selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen wie auf Tourneen oder bei häufigen Gigs. Eine der am meisten geschätzten Eigenschaften dieses Mixers ist seine Vielseitigkeit. Er wurde für die Arbeit mit der Serato DJ Software entwickelt und optimiert und bietet eine Reihe von Anpassungen und zusätzlichen Funktionen, die ihn extrem leistungsstark machen. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.